So, jetzt kommt was ganz Besonderes, das Ast-Banjo. Wie ihr sehen könnt hier, basierend auf einem Kirschholz-Ast, kombiniert mit einem Banjo-Hals, dann noch einen Tonabnehmer dran, der hier zu einem kleinen Kofferverstärker führt, damit man das ein bisschen lauter machen kann, weil das ist ein bisschen leise ohne Verstärkung. Aber das funktioniert. Das Ast-Banjo